Wir müssen auf dem Berg Wir haben noch 50 Schüsse beim Bestuhl Ja, oder halt die einfach an Wir nehmen die Özi Ne, das geht jetzt, da ist kein Schuss mehr drin Dann schmeißt du die Bestuhl weg Von wo du schießt? Ach, okay Wir holen uns die Häuser da vorne Leon, sitz auf Hier sind direkt Leute, Leute Wann hat da hier sind direkt Leute neben mir Leon, sitz auf Das sind Leute Das ist doch scheißegal Ja, shit Boah Boah Wuuu Leute, Kevin nutzt Deckung Wir sind in Leon herabgeschossen Wer hätte es erwartet? Okay, wir machen Ablenkungsmanöver Kevin holt die Doppelläufe raus Ich hab mir die Zimper das Ding Okay, aber das wissen die nicht Hebt die Ablenkungsmanöver raus Hebt die Ablenkungsmanöver raus Hebt die richtig bedroh dich Leon, Leon, LEON Ich hab keine Munition Ey, nein Okay Ey, kein Munition Wir haben Ablenkungsmanöver gestartet Und jetzt sind auch ziemlich ramponiert Es tut es leid Max, ich wollte dich aufhören Ich hab kein Leben gehabt Warum mussten die denn jetzt beschossen werden? Ich hab die nicht beschossen Warum mussten die denn gewartet werden? Weil ich kein Leben hatte Ja, aber aufs Motorrad auch sitzen und zu fahren Achso, bei mir Ja Ich hab gesagt Sitz auf Das sind Leute Sitz auf Das sind Leute Ich wollte nicht dabei fahren, dass die uns beschießen während wir weg da fahren auf dem Motorrad Ja, lass den lieber töten Ja Ja Ich verstehe allein Warum wir alle zugefahren sind Und da Wenn die Zäune der wegkommt Und weil es nichts bringt Seit wann flüchten wir vor Leuten? Seid wir keine Munition Seid wir weder Munition noch Leber haben Habt ihr keine Munition? Das hab ich doch unter anderem gesagt Ja Weil da großartig viel Loot unterwegs war Das hab sogar nicht mitgebracht Weil ich hatte 200 Schuss für die M4 Hast du direkt gesagt Du hast keine Munition? Als ich gesagt hab Schieß Ich wollte Leben sagen Die Munition Ich hab kein Leben Da wurde der Zähler gemacht Ja Ja